sie dort ist aus die Noten ein Schülmer es ist viel gesünder, schönes als wenn du von einem Pokémon getragen wirst werde von einem Pokémon tragen, aber ok okay ein aber kein Wunder sollen 15 dann dauert es ein bisschen aber das bringt auch mehr IP so als Eimer zugeschlagen 2 2 und alte Dauer ja noch mal weiter weiter ein Stoß ja auch mal hier also wird sie in Säsen 500 Unterschieds so und Orte Dauer 13 Säure, ah Gott, nein, guckst du das an Stürb, was, nein, und so Nein, zurück Na, Status nervlich Als ob das aber auch einfach mal mit einem HP überlebt hat Ey, ich glaube nicht, stimmt Stürbets Meine Güte So Hast du denn, doch, und die Tata? Oh, Gott Nervt nicht, wie viele Pokémon hast du denn? Komplette Anzahl, 6, oder was? Bis Ich weiß schon, wie du so blöd, hab hier Gluckstrahl eingesetzt Ey, noch eins, ey Das ist jetzt das fünfte Pokémon Hat er wirklich alle 6 voll, oder was? Langsam, ne, ja Oh, und da auch sehr endauert der Säure Tschüss Ah, der so ein 6 ist, oder ist vorbei? Ist vorbei, okay Ist vorbei, okay Aussehen machen, und macht schlimm mehr Spaß Und Geh einfach weg Und die 3 Jetzt haben wir hier schon wieder einen Tata Flucht Jetzt schlage ich die Flucht vor Noch eine Schwimmerin Ich kann nicht mehr lange über, über, kann mich eh nicht mehr lange über Wasser halten Äh, okay Ah, ein deprimiertes, äh, Merrel schon wieder Hi Hey, das geht Tschüss Tschüss Was jetzt? Oh Gott, ich konnte schwierig lesen Normales Möhrle Tschüss Jetzt muss man es aber überlegen, da war es zurückgeschreckt, also Tschüss Oh nein, die Tata Könnte immer aufhören zu nerven, hier, ey Monit Keo Noritentara Ah Unbedingt mal wieder im Pokémon Center, wir haben mal wieder Zeit Merrel, noch ein Merrel Welches denn? Normales, okay Kein deprimiertes So, jetzt ist hier eine 15, Stärke Und nochmal Stärke Tschüss So, jetzt haben wir es geschafft Blub Okay Achso, blub, weil es abgesoffen ist, oder was? Okay, tschüss Ich will Tata, dass mich hier nerven will Tschüss Sonst noch irgendwas Außer ein dreckiges Merrel, was mir auf den Sack gehen will Anscheinend nicht, na gut Man, wir können ja auch gleich mal gucken, wo wir überhaupt sind Ah, hier, okay, wir gehen da runter Aber wir da oben Wollen wir mal, sollen wir da oben hin? Ach komm, wir gehen erstmal da unten hin, mal gucken, was da unten ist Forscher erstmal, was da unten auf der Karte ist Das ist aber auch eine verdammt große Wasserroute, müssen wir heute rechnen Das ist verdammt groß Und weiter, 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 weiter Ich bin dann, bis zum nächsten Mal Ich bin dann, bis zum nächsten Mal Und wieder